So, jetzt kommen deutsche Krachern nach harzer Art von WECO. So, jetzt komme ich zum Fazit von den deutschen Krachern von WECO nach harzer Art. Also ich muss sagen, die sind gottenschlecht. Einen schönen Knall haben sie, das muss ich sagen, aber von dieser ganzen Packung gingen gerade mal 6 Stück und da sind genau 20 drin. Also von mir ist es keine Kaufempfehlung, würde ich euch lieber irgendwelche anderen kratischen Dinge empfehlen, aber nicht diese. So, das war es mit dem Fazit von den deutschen Krachern. Bis zum nächsten Video und Tschüss.